Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute hier am Montag, den 27. November 2023. Gemeinsam wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen, ganz besonders einen Blick werfen auf Gold. Ich glaube Gold könnte ziemlich interessant werden in den kommenden Tagen durch diverse Makro-Events, die anstehen. Nicht nur diese Woche, sondern auch in der nächsten Woche und in der Woche da drauf. Welche genau, darauf gehen wir dann in wenigen Minuten detaillierter ein. Darüber hinausgehend sind wir hier auf dem Weg in Richtung Allzeithochs. Das heißt also, es könnte ein ziemlich, ziemlich, ziemlich stark bullischer Drive sein, der uns bevorsteht. Und das Ganze wird noch ergänzt, nicht nur durch ein übergeordnet, sich makroökonomisch für Gold aufhellendes Umfeld, sondern auch darüber hinausgehend durch ein sehr, sehr interessantes, saisonales, bullisches Fenster, welches sich jetzt öffnet in den Jahreschluss hinein und sich dann auch weit in den Januar erstreckt bekanntlich. Alles weitere in wenigen Minuten. Zunächst einmal wollen wir aber einen Blick werfen auf den Risikohinweis. Die Vision CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellen wir ein bisschen sein persönliches Risikoprofil. Und oder lassen Sie ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de. Kostenlos eine Demo heruntertesten, der andere risikofrei. Schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Ereignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich allen Informationen verstehen. Ihre Risikoinweisung findet ihr auf xdb.com.de. Gerne darüber hinausgehend auch die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Kurz in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, die ich dann beantworte, sowohl schriftlich als auch im nächsten Event. Gerne hier live und in Farbe. Aber wie gesagt, bitte nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die gerade thematisierten Kontaktdetails. Berliner Büro, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. Gerne den Kontakt suchen, falls es Fragen zu xdb als Broker geben sollte. Kurz vorgestellt, xdb als Broker, bester CFD Brokersjahrs 2023. Ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe, die sie geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt. Darüber hinausgehend natürlich wollen wir einen Blick uns gönnen auf die xStation. Und da sind wir dann jetzt hier auch bei Gold. Und den Bruch über, diese gestrichelte Linie, die hatte ich schon in der letzten Woche hier mit xdb-Kunden ausgearbeitet gehabt. Wir hatten auch im Hinblick auf ein Gold-Setup Long nach diesem Dropjahr über die letzten Wochen, ausgehend hier von den Non-Farm-Payrolls. Auf der Unterseite hatten wir eine Umkehrformation zum Thema gemacht, die dann formen Annahmen mit den Inflationszahlen, die am 13. veröffentlicht worden sind. Und das hat dann tatsächlich ein projiziertes Kursziel, das hatten wir ausgegeben, gehabt, in Gefilde bis 2005, 2010 Dollar ungefähr gegeben, welche Gefilde wir jetzt vorgestoßen sind. Und dann sagte ich aber, ein Bruch höher scheint erstmal unwahrscheinlich vor dem Hintergrund. Wir haben Thanksgiving, wir haben Black Friday, also verkürzter Handel, auch verkürzter Handel dann in den Rohstoffmärkten. Und ausgehend hiervon ist es einfach schlichtweg erstmal nicht sehr wahrscheinlich, dass wir in solch einem dünnen Umfeld einen Break höher zu sehen bekommen. Wir sind aber schon sehr, sehr nah dran gelaufen an diesem Bereich und haben jetzt zum Wochenstart den Break gleich auf den Weg gebracht. Und vor allem sehen auch, wenn wir auf der 30-Minuten-Ebene mal ein bisschen reinzoomen, wir sehen, wir können den Breakout deutlich halten. Also das ist nicht nur einfach ein evolatiles oder beziehungsweise illiquides Umfeld gewesen, welches hier den Break höher auf den Weg gebracht hat, sondern der Break wird auf den Weg gebracht. Und wir können deutlich oberhalb eben dieser Ausbruchregion aktuell uns hier konsolidieren. Und sehen jetzt auch ein Anlaufen dieser 2013er Marke. Mal gucken. Also ich will es nicht überbewerten. Aktuell, wie gesagt, die News-Events, die wir jetzt gleich noch im Detail mal kurz auseinanderklabüstern wollen, die stehen noch an und die sind diese Woche sicherlich im Fokus, besonders vielleicht Mittwoch, Donnerstag, aber nichtsdestotrotz heute nicht. Nichtsdestotrotz könnten wir dennoch vielleicht einen kurzen Momentum Drive sehen. Wir sehen nämlich übergeordnet, also Momentum Drive, wenn wir jetzt weiter mit neuen Tageshochs uns dann in den nächsten Stunden konfrontiert sehen. Wir sehen nämlich nach oben, hier im Daily Chart, ist Richtung der Allzeithochs. Und das ist hier oben einmal auch im Daily Chart eingefangen. Dieses Triple Top, wo wir einen durchaus substanziellen Break höher vielleicht sehen könnten, also zurückgehend bis ins Jahr 2020, können wir hier an dieser Stelle erkennen. Wir sind dreimal dran gelaufen. Die Abpraller werden zunehmend kleiner, obwohl das stimmt nicht ganz, wenn man den Abpraller hier nimmt, den wir ab 2021, 2022 war es, mit der Invasion der Ukraine durch Russland zu sehen bekommen haben. Der ist ein bisschen heftiger ausgefallen. Aber summa summarum, desto häufiger wie solch ein Widerstandsbereich anlaufen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim nächsten Mal, dann in dem Fall den vierten Versuch, einen Break höher zu sehen bekommen. Und das, was wir jetzt vielleicht hier einleiten, ist die potenzielle Vorbereitung auf eine solche Attacke, beziehungsweise den Break höher. Nochmal, saisonal ist es so, dass das Zeitfenster von Mitte Dezember bis Mitte Ende Januar gemeinhin bekannt ist als Bullish für Gold. Das könnte nochmal zusätzlich positiv treiben. Wir haben, und dann kommen wir jetzt mal zu den News-Events hier im Kalender, auch diese Woche eine relativ packed Agenda. Ich habe jetzt hier mal die Möglichkeit, mir die ganze Handelswoche erstmal anzuschauen. Also heute fangen wir erstmal dünn an. Morgen wird es dann schon interessant mit einigen FED-Mitgliedern, die sich hier äußern. Besonders interessant dann allerdings ab Mittwoch. Zum einen erstmal die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt. Die letzten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus den USA kamen erstaunlicherweise annualisiert hier mit 4,9% rein. Gegen 4,2, 4,3% glaube ich war es erwartet. Mal schauen, ob wir da jetzt nochmal einen entsprechenden Print höher zu sehen bekommen. Also wir sehen hier, für die aktuellen Schätzungen liegen wir bei 5%, also leicht drüber, über diesen 4,9%, was aber ein sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum ist, was ja eigentlich einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der US-Notenbank wahrscheinlicher werden lässt. Nein, nicht einen lockeren, einen beibehalten, einen restriktiveren Kurs begünstigt. Also das bedeutet, dass eben kein aggressiver Zinssenkungszyklus jetzt auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise man den Leitzins länger als erwartet auf dem relativ hohen Niveau verweilen lässt. Vor dem Hintergrund eben, dass einerseits die Inflation zwar runterkommt, aber immer noch auf einem hohen Niveau in Relation zur Zielmarke von 2% notiert. Und auch darüber hinaus geht, offensichtlich, dass keine dramatisch negativen Auswirkungen eben auf das Wirtschaftswachstum in den USA insgesamt hat. Also eigentlich ist das etwas, was nicht positive Gold wäre, weil es eben einen höher als erwarteten oder länger höheren Leitzins denkbar werden lässt. Und das ist eben dann durchaus wiederum etwas, da könnte man zwischen den Zeilen auch lesen, Gold, das ist relativ stark, was wir hier an dieser Stelle zu sehen bekommen. Viel interessanter, glaube ich, aber wird viel mehr sein, was wir am Donnerstag zu sehen bekommen mit dem PCE. Das ist das Lieblingsmessinstrument im Hinblick auf die Inflation seitens der US-Notenbank FED. Könnte durchaus dann auch bullisch treibend in dem Zusammenhang wirken, sollte sich hier eine Abkühlung der Inflation herauskristallisieren. In der kommenden Woche, dann geht es weiter, beziehungsweise wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Woche kommen, jetzt habe ich nämlich ein News-Event unterschlagen, nämlich am Freitag haben wir noch den ISM, den Einkaufsmanager-Index, zum verarbeitenden Gewerbe, der veröffentlicht wird. In der kommenden Woche ebenfalls PACT, die Agenda. Da haben wir die JOLES, da haben wir Arbeitsmarktzahlen, Jobvakanzen, da haben wir den ISM, den Einkaufsmanager-Index zum nicht verarbeitenden Gewerbe, dann haben wir am Mittwoch die ADP-Zahlen, dann haben wir am Freitag kommende Woche die Non-Farm-Payrolls. Wir haben darüber hinausgehend in der Woche drauf ebenfalls nochmal Schlüsselevents, vielleicht sogar die Schlüsselevents mit der Inflation am Dienstag und dann am Mittwoch der letzten Leitzinsentscheidung seitens der US-Notenbank. Also ich fasse es mal zusammen, die Agenda ist PACT. Und ausgehend von dieser PACT-Agenda haben wir diverse fundamentale Katalysatoren, die hier einiges an Bullishness begünstigen könnten. Ich finde auch die aktuelle Struktur, auch die Art und Weise, wie wir solche Drops in der jüngeren Vergangenheit zurückgekauft haben, deuten darauf hin, da ist einiges an, sagen wir mal, Druck auf dem Kessel, was wir hier zu sehen bekommen. Solche Übertreibungen auf der Unterseite, auch ausgehend vom Zinsmarkt vielleicht getrieben, sind ja aggressiv zurückgekauft worden, sicherlich dann auch begünstigt durch ein unsicheres Umfeld, durch die Eskalation im Gazastreifen und dergleichen, die dann hier diese Aufwärtsbewegung getrieben hat. Aber wir haben sie dann auch in den Folgewochen weiter fortgeschrieben. Und das ähnliche Szenario sehen wir hier, nachdem wir zum Monatsbeginn mit den Non-Farm-Payers, um mal einen kurzen Rücksetzer zu sehen, bekommen haben, haben wir anschließend starke Dynamik, die uns so eine V-Struktur eben beschert, was eben eine Nachfrage suggeriert meiner Einschätzung nach, in Verbindung mit der fundamentalen Aufhellung und diesen Breakouts, die dann jetzt hier sich haltend herauskristallisieren, dass wir eben über kurz oder lang mit einer ernsthaften Attacke, in dem Fall, auf eben die Allzeithochs rechnen sollten. Und wie gesagt, also, dieser Break, dieses Halten aktuell, das ist schon mal vielversprechend für die Bullen, meiner Einschätzung nach. Darüber hinausgehend haben wir eben eine Konstellation, die auch kurzzeitig ganz interessant wird. Ich bin jetzt sehr gespannt in den kommenden Stunden, ob wir in der Lage sind, neue Tageshochs zu markieren. Nochmal, ich bin heute früh, als ich das erstmal auf den Chat gekostet habe, bin ich überrascht gewesen, ehrlich gesagt, dass wir heute Nacht schon diesen Break zu sehen bekommen haben. Sollte sich dieser Break jetzt, und das tut er bereits, als nachhaltig herauskristallisieren und wir über 2020 gehen, habe ich wenig Gründe, nicht davon auszugehen, dass sich in den kommenden Tagen ein weiterer Aufwärtstrend in Gold etabliert und in den kommenden Tagen dann in die Fett hinein, aller spätestens vielleicht sogar, eine Attacke auf die Allzeithochs herauskristallisiert und die Bullen dann ganz offensichtlich vor goldigen Weihnachten stehen. Das sei es soweit meinerseits erstmal zum Wochenstart gewesen. Morgen hören wir uns wieder. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Bis dann.